Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ja, ich meine, wie kam es dazu? Man darf nicht vergessen, ich bin ja in dem Sinne jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, im Rhein-Erft-Kreis oder überhaupt, im Kölner Fußball. Und ich und der RT, wir kennen uns auch schon aus. Ja, aus Zeiten, wo ich ein Busch-Bell-Trainer war. Und da hat man sich auch mal ausgetauscht, aber unabhängig dann von dem Posten oder nicht. Und wir haben uns dann irgendwann im Februar dann intensiv hier getroffen. Ich habe einen Anruf bekommen vom Verein und dann hat man sich getroffen, ausgetauscht, Situation so ein bisschen besprochen. Ja, und dann ist es ganz schnell gegangen. Ja, der erste Vorsitzende, der Artur Gülerjus, hat auch ein sehr großes Netzwerk, kennt auch, was im Amateurfußball los ist, was zu dem Zeitpunkt für uns am besten passt, weil eben der Vorgänger von dem Luciano Giordani leider aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. Und wir brauchten eine schnelle Lösung und brauchten einen, der 100 Prozent gibt, außerhalb der Mannschaft und im Zusammenhalt mit dem ganzen Funktionsteam. und da kam eigentlich ziemlich schnell der Name Luciano Giordani ins Gespräch und man wurde sich auch ziemlich schnell einig und das Ganze wurde dann auch vor dem ersten Spiel gegen FC Wirt dann auch dingfest gemacht. Und ja, seitdem arbeiten wir jetzt die letzten sechs, sieben Wochen zusammen und die Entwicklung ist absolut zu erkennen, sowohl beim Training wie auch sonntags bei den Spielen. Also erstmal prinzipiell zuversichtlich sowieso, sonst hätte ich das hier gar nicht angenommen, das Amt, weil ich auch viele, viele Spieler kenne, ja, auch ein bisschen aus der Vergangenheit, wo sie gespielt haben, sie auch ein bisschen einschätzen konnte. Was für mich wichtig war, für mich war wichtig zu wissen, dass die Mannschaft, dadurch, dass ich mir in den Gesprächen Informationen geholt habe, für mich war es wichtig zu hören, ja, wie die Beteiligung ist und die Charaktere der Mannschaft und dann habe ich da eingehend nochmal mit dem RT drüber gesprochen und ja, wie gesagt, die drei Spiele, die wir jetzt gemacht haben, ja, oder die wir absolviert haben, die drei Spiele, wo wir jetzt ungeschlagen sind, das führt dazu, weil die Mannschaft letztendlich eine gute Trainingsbeteiligung hat. Ja, also die letzten Spiele machen mich auch sehr optimistisch in Bezug jetzt auch auf die Heimspiele, die wir jetzt, ja, ein Tick erfolgreicher schon bestritten haben, als wir es in der Hinrunde waren. Die Trainingsbeteiligung ist natürlich absolut top momentan. Wir belohnen uns ja nicht so in der Form, dass wir mal zwei, drei Spiele schaffen, über 90 Minuten, die drei Punkte mitzunehmen, aber wenn die Mannschaft weiterhin diesen Willen zeigt, den sie jetzt die letzten Wochen gezeigt hat, da bin ich mir sicher, dass wir auch die nötigen Punkte noch holen werden, um über dem Strich zu stehen und im Endeffekt vielleicht auch da stehen, wo wir jetzt momentan uns befinden. Erstmal, wie gesagt, knüpfen wir einfach an unsere, ja, Gefestigkeit, sage ich jetzt mal, ergebnistechnisch, von den letzten Wochen wollen wir da anknüpfen, aber ich weiß auch, ja, das am Sonntag mit Weiden, weil ich auch den Karsten Heemsatz kenne, das wird eine harte Nuss, ja, das wird ein schwieriges Spiel. Nichtsdestotrotz erwarte ich einen heißen Tanz, ich werde meine Mannschaft 100 Prozent einstellen, wie immer und letztendlich, wie gesagt, es ist ein 1-2-3-Spiel, aber ich glaube schon, mit der richtigen Einstellung und richtig, wie ich die Jungs einstellen werde, werden wir dieses Spiel, ich hoffe, positiv gestalten. Der Verein hat jetzt, also aus meiner Sicht trotz jetzt der jetzigen momentanen sportlichen Situation auf jeden Fall eine richtig gute Entwicklung genommen. Der Jugendbereich ist sehr groß jetzt mittlerweile geworden seit 2011. Im Seniorenbereich sind jetzt sogar drei Mannschaften, die gemeldet sind und ja, wir haben einfach einen guten Zulauf, also nicht jetzt, es geht nicht nur allein um die Zusammenstellung des Kaders, geht in allen Bereichen, sowohl von türkischen Spielern wie deutsche Spieler, wie jetzt auch afrikanische Spieler, dieses Jahr haben wir das erste Mal auch japanische Spieler dabei, also der Verein ist da multikulti aufgestellt und nimmt sehr gerne jeden auf, der gewillt ist, mit uns auch den Weg gemeinsam zu gehen. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.